Farbe, ja, Body, Weiss, OK, Close, Weiss, ja, jetzt ist diese Applikation und jetzt zu Hause kommen und fertig, diese, jetzt habe ich, jetzt, GIT sprechen, da, so, ich bin die Stimme des Metroprozessus des Modells 2000 von Night Industries, KITT für den einfachen Sprachgebogen oder Kittfahrt, die das vorziehen, das ist die, die Sie verwenden und Sie überzeugt sind, eine bremante Idee, den zu haben, als nächstes werden Sie dann etwas tollkönig unternehmen und ich werde auf Überwachung geschaltet, ich komme mit jeder Art von brennbarer Flüssigkeit wieder in Trakt, denn Sie dran brennbar nicht, dass meine Tanks wieder gereinigt werden müssen, Ich bin die Stimme des Mikroprozessus des Modells 2000 von Night Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch oder KITT, falls Sie das vorziehen. Und wenn ich möchte, wechseln und spiele Musik. Und zurück, KITT. Es gibt noch eine Vielzahl, ich warte nur auf Ihre Befehlen. Ich warte nur auf Ihre Befehlen. Oh, was geht das? Geht das gerne rein. Geht das gerne rein, ja, komm gut. Ich warte nur auf Ihre Befehlen. Mach doch mal, erst mal. Ich warte nur auf Ihre Befehlen. Auf Wiedersehen. Oh, was geht das? Oh, was geht das? Come on. Oh, was geht das? Oh. 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 So ist es mir jetzt 2000 von Light Illustrator, ITT für den Hyper-Rush-Rub. Oder können Sie das vollziehen?